Hallo, ich bin Judith und ich zeige euch heute, dass man meinen Lieblings-Overall ganz einfach auf zwei Arten kombinieren kann und super schnell aus dem Day-Outfit auch ein Night-Outfit wird. Meine Kollegin Mirja hat ihn gerade mal angezogen und ich finde es super so. Wie fühlt sie dich? Ist total bequem und das perfekte Büro-Outfit. Toll. Und dann schauen wir mal, ob wir mit ein, zwei kleinen Handkniffen, einfach mit einem anderen Gürtel, anderen Schuhen auch schnell Night-Outfits daraus machen können. Wow, das sieht echt cool aus. Zack, zack. Sehr schön. Und du kannst dann auch natürlich das einfach ein bisschen hochschoppen, wenn du es etwas lässiger tragen möchtest. Toll. Fühlt sich gut aus.